ARD Text im Auftrag von Funk Der Ossi Domi von den Piez? Was? Ich warne dich? Alter! Wieso seid ihr da schon drin? What the f... Wieso seid ihr da schon drin? What the f... What the f... Warte, 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 warte! So! What? What? Nicht-die-Mama-87 What? Is it great? Highster Channel! Nicht-die-Mama-87 Hister Channel So! Oh mein Gott! Wo kommt ihr her? Warte, warte, ich mach mal ganz kurz, ich mach mal ganz so ziehen Alter, ich krieg grad nen Herzinfarkt! So! Woah! Ich krieg grad nen Herzinfarkt, Leute! Was macht ihr denn? Alter... Voll sympathisch! Mir geht mein Herz gerade. Wo guckt ihr her, Alter? Ihr kommt von Gronkh? Ach schön. Ach, ich freu mich grad voll. Ihr kommt von Gronkh? Ach, ich freu mich grad. Voll schön. Nein, ihr kommt nicht von Gronkh, Leute, oder? Wir waren grad da. Wir waren grad in der Nähe. Und die Tür stand offen. Wir dachten, wir gucken mal rein. Das geht hier ab. So. Was? Voll schön. Oh, das ist voll schön. Ich freu mich grad voll. Ihr kommt nicht echt von Gronkh. Ich freu mich grad voll. Richtig geil. Hey, ich bin am Zittern. Ich bin richtig am Zittern. Nicht die Mama87 ist der Channel. Nicht die Mama87. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Oh mein Gott. Nicht die Mama87. Ich krieg Error-Meldung. So. Ich krieg nur noch Error-Meldung. So, jetzt kann man's ein bisschen besser lesen, ne? Oh, ne. Jetzt kann man's... Hä? Oh mein Gott. So, da. Nicht die Mama87. Boah, ich muss grad Tiefluft holen. So. Geil. Boah, ist voll schön. Das ist einfach voll schön. Oh, man. Leute, ohne Scheiß. Ihr bringt mich gleich zum Heulen. Oh. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So, ich bin gespannt. Oh, man. Leute, ohne Scheiß. Herzlichen, herzlichen Dank. Da muss ich selber grad ein bisschen. Entschuldigung. Huch. Oh. Ich glaub, wir haben sein Internet abgeschossen. Wir haben sein Internet abgeschossen. Wir haben sein Internet abgeschossen. Was? Haben wir sein Internet abgeschossen? Was? Oh. Ähm. Was? Wieso? Oh. Das wollt ich nicht. Alter, das tut mir echt leid. Dieser Kanal ist offline. Alter, das tut mir voll leid. Was? Das mit den Raids ist ja ne tolle Idee. Entschuldigung. Das tut mir echt... Oh. Das wollt ich nicht. Das hab ich nicht gewollt. Ey. So. Kronk. Ja. Alter, guck mal. Geil. 74%. Alles ist cool. Gott sei Dank. Alter. Das ist cool. 98%. Ja. Geil. Krankenhausrechnung bezahlt. Neue Grafik. Geburtstagsgeschenk. Geil. Alter. Und Spendenziel erreicht. Mega, Freunde. Mega. Boah. Das ist der Hammer. Ich stell das beim aus, Leute. Weil ihr macht alles... Ihr... Ihr... Ihr schrottet mich gerade. Total geil. Spendenziel. Bäm. Gesprengt. Geil. Boah. Ich bin grad mega happy. Ich kann nix machen. Das macht so viel Spaß. Was? Hahaha. So. Symbolitz heißt der Kanal. Ich spamme grad nochmal. Und dann besuchen wir den guten Mann mal. Leute reagieren natürlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, er ist sehr skeptisch. Ich glaube... Der Chat explodiert schon wieder. Geh mal drauf auf den Chat. Ich glaube, er weiß nicht so recht, was los ist. Ich glaube, er weiß nicht so recht, was er damit anfangen soll. Was aber auch gut ist. Metal Fee. Ja. Danke für den Follow. Die Metal Fee. Hallo, Metal Fee. Cool. Professor Doktor Weix. Muss ich dir ein bisschen helfen? So. Wie der Chat hier langsamer wird und dort wesentlich schneller. Das ist wahr. Boah. Ahem. Ja. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Mehr kann ich nicht sagen. Wahnsinn. 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 Echt Wahnsinn. Ich trau mich gar nicht weiter zu spielen. Doch, spielen wir weiter. Das ist die Marmeladen-Omi. Kann man das... Ah, die Marmeladen-Oma. Entschuldigung. Die Marmeladen-Oma. Hier steht es. Marmeladen-Oma. Und dann einfach mal... Vielleicht gehen wir einmal mal rein und sagen was Nettes. Die Dame freut sich bestimmt. Oder? Ja, die verrückt. Ja. Ich bin schon ein bisschen verrückt. Aber jetzt werde ich's vollends. Das Gif... Hallo, hallo, hallo. Viele Hallos und Herzen, Herzen, Herzen. Schön dich zu sehen. Freue mich auch über euch. Oh. Küsschen. Dankeschön. Oh, die Omi. Guten Abend. Herzen, Herzen, Herzen. Danke, danke. Mhm, 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 mhm. Warte mal. Und wie kommen die hin zu dir? Ich mach mal ganz kurz... Ich hab ein tolles Leben. Ich hab ein tolles Leben. Immer wieder. Oh. Oh, das ist so lieb, die ist so lieb. Okay, pass auf. Warte mal, warte mal. Ich blende mal kurz aus. Wegen meinen Zugangsdaten. Ich blende gleich wieder ein, warte. Hm. Grüße aus Hannover. Aber kann dauernd bis es angezeigt wird, glaub ich. So. Frankfurt, Braunschweig, Vorarlberg. Frankfurt. Ach Gott, ist das fantastisch. Ach, ist das süß. Es gab mir keinen Mensch. Ach, guck mal. Magdeburg. Huch. Watt ist da los? Oma. Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich pleite war. Oma. Nein. Äh, Pitzlpatzl. Vielen Dank, Pitzlpatzl. Haben wir jetzt ihren Stream abgeschossen? Ich hoffe nicht. Das ist nicht meine Musik. Du durf mal. So, wir gehen mal ganz kurz zu Fräulein Mia Maus rüber. Mia Maus spielt momentan Minecraft. Ich glaub nicht. Ähm, da können wir mal ganz kurz Hallo sagen. Ne? Einfach mal Hallo sagen. Ganz kurz rüber switchen. Man kann's glaub ich grad nicht lesen, ne? So. Ist doch schon zu groß. Ich sag ja, diesmal hab ich mich überreden lassen. Ich hab mich diesmal überreden lassen. Aber das nächste Mal... Oh ja, so viele Leute gerade. Das nächste Mal machen wir... Wunderschönen guten Abend wünsch ich euch. Das nächste Mal machen wir wirklich einen ganz kleinen mit zwei Zuschauern oder so. Hallo? Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was ist da los? Grüß euch. Einen wunderschönen guten Abend. Und das ist aber lieb. Ich muss die Musik erstmal wieder anmachen. Aber nicht verraten, was los ist. Und dem Wesel Dankeschön sagen für die Donation und das schöne Lied. Das war toll. Vielen lieben Dank dir für. Oh Holla, ich kann nicht allen Hallo sagen. Ihr seid ja verrückt. Doch, du musst alle vorlesen. Hallo Schwimmbad Pommes. Den Namen hab ich gelesen. Der war schön. Schwimmbad Pommes. Hallo Money und Pommes. Da bist du wieder. So. Hallo Raidan und Panse. Oh Gott. Muffin. Ich versuche Leute zu sehen. Und Benne. Irgendwas war da mit Dickbutt. Das hab ich gesehen. Adi ist auch da. Moinsen. Das ist nett von euch. Ach ne Jobraker hab ich erkannt. Die König. Moinsen. Sie hat natürlich kein Slowmo drin. Ich hatte noch niemals einen so großen Rage. Das ist aber krank. Fantastischer Fettsack. Dankeschön. Lieber fantastischer Fettsack. Aha. Was baut sie denn da? Ist das auch live? Ich seh die Karten das Blöcke gerade. Hallo PicBlog. Und ex 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 terminal. Voll überfordert. Und PiepDame. PiepDame kenn ich auch. Die war schon mal hier. Das typische Regal im Hintergrund. Was? Ich glaub es war die Elsa. Es ist weg. So bekommst du keinen Anschluss auf Twitch? Nein. Was nein? Dem Bertigen. Was? Das stimmt doch gar nicht. Mausgetüre. Mausgetüre. Es hat sich wieder ein Mausgetier dazugesellt. Bronco Buster. Moinsen. Grüß dich. Dankeschön. Na los. Achtung. Mausgetüre. Mausgetüre. Okay ich glaub sie ist überfordert. Oh Gott. Es hat sich wieder ein Mausgetier dazugesellt. Rückschwimmer. Oh ja Gott. Schön. Prost. Ich bin fast wie in die Panda geschwommen. Und hätte nicht zurückgekommen. Das ist so. Nicht. Aber nicht verraten von wo ihr kommt. Nicht verraten von wo ihr kommt. Was? Doch nicht das Lied. Alter was? Ja das kauft mir meine Mutti. Ich würd sie ziehen bei Rapizza. Doch ohne Payball geht nicht mehr. Auf jeden Fall das wollt ich sagen. Wer was andere spielt. Er blag. Weil nicht weil du die Spiele sind. Und ist ein Dreck. Die tut uns hin. Mausgetüre. Es hat sich wieder ein Mausgetier dazugesellt. Und ganz viel Bum. Da fallen alle Feinde um. Ich bin der Shooter Kind. Toll danke. Am Computer hin. Ich bin der Boss im Internet. Wenn ich mich mit den Kindern fett. Ihr macht mich fertig Alter. Achtung. Mann. Ihr seid alle Verräter. Ihr seid alle Verräter. Ihr seid alle. Das kenn ich. Ich weiß nicht wer es geschrieben hat. Aber der Kevin sagt das ihr auch immer. Und ich weiß mittlerweile dass es guten Abend heißt. Boah. Das ist das direkte Backfire hier. Ich hab nichts. Da sind so viele Follows. Ich seh grad nicht wer gesaptet. Und wenn mir was zunited hat. Ähm. Lurenda freut sich auch. Ich freu mich auch. Das ist wirklich sehr sehr sehr. Mausgetüre. Mausgetüre. Äh. Es hat sich wieder eine Mausgott hier dazu gesellt. Ja. Okay. Nir2y. Iii. Tudu. Tudu. Bis zum nächsten Mal.